Hallöchen, mal wieder herzlich willkommen bei den Ostsee Appearments. Umso schnell rein, wir wollen die anderen Gäste nicht stören, es ist noch etwas früh. Wir befinden uns heute in der Wohnung 5 des Wohnpark Stadt Hamburg in Binz und ich möchte Ihnen hier dann direkt einmal das Schlafzimmer zeigen. Wenn man die Gardinen offen lässt, sieht man morgens gleich, ob sich der Weg zum Strand lohnt. Und natürlich auch hier wieder, wenn Sie buchen und Sie möchten die Bettwäsche und Handtücher dabei haben, kurz Bescheid sagen, dann beziehen wir selbstverständlich auf die Betten. Der gräumer Kleiderschrank steht zur Verfügung. Wenn Sie doch mal etwas waschen möchten, befindet sich im Kellerbereich eine Waschmaschine und ein Trockner. Sie erreichen hier das Zimmer vom Plur aus direkt. Nun möchte ich Ihnen auch das Badezimmer nicht vorenthalten, was ein Badezimmer zuvor weist. WC, Dusche und Waschbecken. Dann möchte ich Ihnen dann gleich den Wohnbereich zeigen. Wohn, Ess und Küche Bereich. Hier in der kleinen aber schicken Küche haben Sie alles, was Sie brauchen, damit Sie sich was Leckeres zubereiten können oder morgens Ihrem Liebsten einfach mal einen Kaffee kochen. Hier dann zusammen Speisen. Sie sehen, es sind vier Plätze. Die Wohnung hat 37 Quadratmeter und ist bis zu vier Personen buchbar. Das Schlafzimmer haben Sie bereits gesehen. Die anderen zwei Personen schlafen hier auf dieser Karsch schließendem nicht ausziehbar. Natürlich haben Sie hier auch einen Fernseher, falls man dann abends doch mal ein bisschen sich berieseln lassen möchte. Und das Beste kommt nun. Ich habe gerade mit Freude festgestellt, was man hier für einen tollen Ausblick hat. Direkt auf den Schmachter See. Und wenn im Sommer wieder alles blüht, wird es vielleicht etwas schwierig, aber aufs Grün zu gucken, ist ja auch schön. Was ich Ihnen natürlich auch noch sagen möchte, ist, dass Sie auch Ihren Vierweiner mitbringen dürfen. Auch dies bei Buchen kurz dazusagen, ist gar kein Problem. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen, was Sie gesehen haben. Was ich Ihnen vielleicht noch mitteilen sollte, ist, dass der Bäckerhorn unmittelbar in der Nähe ist. Zum Schmachter See sind es ungefähr fünf Gehminuten und zu unserer geliebten Ostsee C. Ja, wir freuen uns auf Ihre Buchung und wenn Fragen sind, einfach an. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020